Wir halten zusammen mit Thomas, Francis, Lucy und Alex. Au, was soll das? Was ist passiert? Francis hat mich geschubst und ich bin hingefallen. Francis, hör auf. Ist doch blöd, wenn ihr sie immer beschützt. Oh, ich bin froh, solche Freunde wie euch zu haben. Ende. Joseph, Herr Commissioner. Das war's für heute.